Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 24.500 US-Dollar. Gestern doch noch ein bisschen Volatilität, vor allem Richtung Abend, Nacht noch mal ein bisschen reingekommen. Wir haben es trotzdem noch nicht geschafft, ein Higher High zu bilden. Wir sind aber auch noch nicht ins kleinere Golden Pocket reingekommen. Daily Close war so lala, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ansonsten schauen wir uns natürlich auch an, was bei Ethereum los ist. Und wir haben so eine kleine Altcoin-Season. Da werden wir uns auch noch mal ein, zwei Coins ganz kurz angucken, was da abgeht. Und ob das möglicherweise schon mal ein schlechter Vorbote für Krypto oder beziehungsweise für Bitcoin allgemein ist, das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich wie immer gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock auf Setups oder sonstiges habt, kommt da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Kommentarspalte. Und noch zwei eigene Angelegenheiten. Und zwar einmal, es gibt jetzt den Crypto Manu Stream Highlights Account. Das heißt, dort werde ich immer jetzt, immer wenn wir streamen oder sonstiges machen, werde ich da auf jeden Fall die kleinen Shoutouts oder sowas immer da hochladen, damit ihr auch da auf einem aktuellen Stand seid und euch nicht immer dann, wenn nicht live dabei ist, sage ich mal eins oder eineinhalb Stunden dann Streaming-Material die Woche angucken. Deswegen gibt es jetzt diesen Account. Auch hier Link unten in der Videobeschreibung. Gerne abonnieren schon mal. Und noch eine kleine Werbung in Anführungszeichen. Und zwar Sinan und Luis, ihr kennt es von XRP Deutschland. Der Kanal wurde, kann man schon sagen, wurde gesperrt und die Jungs versuchten, den Kanal wiederzubekommen. Aber macht da gerne mal ein Like und ein Abo drauf bei Sinan und Luis Krypto. Ich habe es gestern schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Also wäre echt nice, wenn ihr da mal ein bisschen Welle macht. Gut, und damit jetzt aber auch genug Eigenwerbung oder Fremdwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan traden wir ungefähr 24.500 US-Dollar. Krypto hält sich stark auf dem Daily-Timeframe. Der Close war jetzt nicht der Beste. Also es sieht stark danach aus. Liquidität geholt vorgestern schon. Und dann eben bearish geschlossen. Wir blicken mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe, wie es denn da aussieht. Wir haben es nicht geschafft, ins Golden Pocket zu kommen. Wir sind hier am 0,5er direkt weiter nach oben hingebounced. Und haben hier auch eine ordentliche 4-Stunden-Candle nochmal hingelegt. Mit ordentlich viel Volumen. Das ist das, wo ich am Anfang vom Video gemeint habe. Da ist gestern Nacht nochmal ordentlich Volumen reingekommen. Haben es aber nicht mehr geschafft, hier oben die Liquidität abzugreifen. Deswegen, ich bin jetzt erstmal noch so ein bisschen weiter in Seitenlinie. Wir haben unsere Long offen bei BTC, die schon länger offen ist. Bin aber hier wirklich am überlegen, ob wir nochmal eine neue aufmachen. Weil momentan der Markt sehr, sehr bullisch ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn wir uns das mal als Beispiel Polkadot angucken. Gestern enorm einen Satz nach oben hingemacht. Oder was hat man noch? Auf ICP 25 oder 30% innerhalb kürzester Zeit. Filecoin, auch hier, nachdem wir aus dieser grünen Box hier nach oben hin gechartert sind. Können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Prozentual sind wir hier mindestens bei 58%. In der Spitze waren wir hier sogar bei 70% im Plus. Das heißt, die Altcoins ziehen jetzt nach und nutzen diese Seitwärtsphase, die wir hier bei Bitcoin haben, momentan ein bisschen aus. Grundsätzlich sagt man ja immer so, okay, erst haben Bitcoin, dann haben die Altcoins, dann vielleicht noch die ganzen Meme-Tokens und dann geht es bergab. Glaube ich irgendwie momentan noch nicht so wirklich dran. Also ich sehe weiterhin hier die Kurse 22.800 US-Dollar erst einmal als Maximum. Natürlich können wir sagen, okay, wenn wir jetzt hier die Linie ziehen, haben wir eine massive Bearish-Divergence auch auf dem Daily-Time-Firm und so. Würde ich aber momentan noch nicht so hoch gewichten. Die Berkte sind bullish, die normalen Indizes sind auch teilweise bullish. Da gehen wir später nochmal im Marktausblick ein bisschen näher darauf ein. Nein, aber momentan ist einfach alles ein bisschen zu bullish. Ich würde hier auch momentan noch nicht reinschotten. Ich weiß, wir haben hier oben gesagt, wenn wir hier nochmal hochkommen, short rein. Ja, wenn das Volumen wiederum passt. Also da müssen wir weiterhin darauf achten, wie ist die Reaktion hier oben. Wir sind jetzt bisher nicht mal hier hochgekommen. Blicken wir mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Time-Film. Das sehen wir auch, okay, in dieser kleinen Candle hier ist so eine Menge Volumen schon reingekommen. Also da wird versucht, die Kurse auch nach oben hin zu pushen. Das ist aber auch sehr, sehr gefährlich, weil jetzt hier drunter eine Menge Stop-Losses liegen. Wir haben Wochenende, heißt die Umsätze sind sowieso ein bisschen geringer. Normale würden jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Doppeltop. Darauf gehe ich noch nicht ein, beziehungsweise ist mir einfach noch ein bisschen zu wenig. Trotzdem, 22.800, 22.900 US-Dollar ist einfach die Zone. Die würde ich gerne hitten. Einerseits, um die Vektoren hier abzuholen, um die Voids zu füllen. Um dann auch hier nochmal zusätzlichen Support zu kriegen. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Vergangenheitsmäßig waren wir hier im Golden Pocket auch hier mit einer Menge Support zufrieden. Würde es also sehr, sehr gut passen, wenn wir hier zwischen 22.800 und 22.400 US-Dollar nochmal runtergehen. Diesen Support-Test. Deswegen bleibt dieser Kurs erst einmal so bestehen. Auch für mögliche Long-Positionen. Und das Ziel übergeordnet sind weiterhin diese 26.600 US-Dollar. Hier oben liegt das Golden Pocket, also das ist ein 0.65er FIP-Level. Und dann auch noch eine kleine Ineffizienz. Darauf blicken wir nochmal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Dann wisst ihr, was ich meine. Also hier, diese blaue Linie ist die Ineffizienz, die sich von hier drüben gebildet hat. Und der nächste Ding wäre dann zwischen 28.000 und 32.000 US-Dollar. Wo wir dann mit starken Widerständen zu kämpfen hätten. Und es ist weiterhin, bin ich eher auf der Seite, okay, wir sehen, bevor wir 18.000, 19.000 K sehen, nochmal die 32.000. Würde nämlich sehr, sehr gut passen. Oder ich sage jetzt mal zwischen 28.000 und 32.000. Ich weiß, das ist ein 4K-Unterschied. Aber ganz genau kann auch ich das Top nicht vorhersehen. Sollten wir hier oben austoppen. Vorübergehen zumindest das erste Mal. Aber gehen wir jetzt einfach mal von 29.000 aus. Kriegen dann den Dampf nach unten. Dann würden wir hier genau bei diesen 30% liegen. Und das könnte dann eine mögliche Bullenmarkt-Bestätigung sein. Also ich schreibe hier, ich bin immer noch ein bisschen kleinlaut, was Bullenmarkt, Bärenmarkt anbelangt. Wir sind momentan meines Erachtens nach immer noch in einem Bärenmarkt. Sollten wir hier wirklich dann hier unten dieses höhere Tief kriegen. Und ich gehe weiterhin davon aus, ich schreibe das einfach noch nicht ab. Ist vielleicht ein bisschen bearish. Andererseits, wir haben größtenteils investiert. Deswegen ist es mir ehrlich gesagt auch völlig egal, ob wir da nochmal runtergehen. Aber für mich persönlich wäre es einfach sinnvoller, dass wir hier einfach nochmal runterkommen. Wir haben hier weiterhin das 1618er. Zumindest nach jetzigen Stand und übergeordnet müssen wir da mal gucken, ob sich dann hier möglicherweise auch nochmal ein FIP-Level bildet. Aber für mich ist das diese Box mit BUSD, wo hier am meisten gepumpt wurde. Wo die Märkte euch überhaupt noch nicht mit gerechnet haben. Klar, wir können das begründen mit dieser Ineffizienz, die hier drüben war. Er gibt Sinn trotzdem, hier ist einfach noch so ein Void, eine Ineffizienz. Ihr könnt alle sagen, was ihr dazu wollt, im Endeffekt. Aber das ist dieser Bereich, den ich... Hier oben sollten wir hier rejected werden und hier nicht komplett durchballern in Richtung 40k. Weil dann gehe ich davon nicht mehr aus. Aber sollten wir dann hier oben durchbrechen Richtung 40k, dann retest auf 30k oder 26k ist möglich. Und dann sollten wir hier oben eben bei diesen 28.000 bis 32k rejected werden. Dann sehe ich immer noch die 18.000, 19.000 US-Dollar als deutlichen Ankerpunkt, den wir auf jeden Fall nochmal testen sollten. Das heißt, grundsätzlich bin ich jetzt Bullish, kurzfristig weiterhin bis 26,6 mindestens. Danach, wie gesagt, 28 bis 32k ist momentan so ein bisschen mein Top, bevor eine größere Korrektur kommen könnte. Die dann aber Bullischer Natur wäre, sollte der Kasten hier unten möglicherweise halten. Gut, das war erstmal so mit meiner Meinung dazu, ist ein bisschen ausgeartet, glaube ich gerade ein bisschen. Aber egal, wir sind bei Ethereum weiterhin in so einer kleinen Seitwärtsphase. Wir gehen mal ganz kurz in einen 1-Stunden-Timeframe, wie wir es hier sehen. Auch hier gleiches Chartbild, so wie bei Bitcoin. Leider auch hier die Bearish Divergence, haben wir ja darüber gesprochen, nicht mitgenommen. Sorry, war ich vielleicht auch ein bisschen zu übereilig, dass wir hier nochmal hochkommen. Aber wie gesagt, auch hier gehe ich nochmal davon aus, dass wir zumindest hier unten diese rote Box, die 1610 nochmal testen. Haben wir gestern nicht, da haben wir auch gestern drüber gesprochen. Auch ein Bitcoin 0,5er FIP-Level. Ethereum hat es hier gerade mal nur bis zum 0,382er geschafft. Aber die Boxen bleiben für mich. Also ich bin momentan Seitenlinie bei Ethereum. Ich möchte hier momentan noch in keinen Trade reingehen. Ist mir alles ein bisschen zu ungenau, vor allem am Wochenende sollten wir jetzt hier nochmal runtergehen im Laufe des Tages. Dann überlege ich mir hier wirklich nochmal eine Long-Position zu eröffnen. Beziehungsweise hier unten im Golden Pocket bei 1.560. Es sieht aber momentan, ganz ehrlich, nicht danach aus, dass wir hier nochmal runterkommen. Dafür sind die Altcoins einfach zu bullish. Dafür pumpt momentan alles. Bitcoin stabilisiert sich, Wochenende. Also sich die Überhoffnung machen, dass wir jetzt hier unten reingehen. Und das gilt weiterhin persönlich für mich. Keine Limit-Orders. Außer ihr wollt irgendwelche Swing-Trades eingehen. Wo ich momentan aber hier in dieser Phase keine Chance sehe, irgendwie in einen Swing-Trade reinzugehen. Das sind kurzfristige Dinger. Beziehungsweise schnelle, impulsive Bewegungen, die ich mir hier erhoffe. Ansonsten vom Fahrplan her, für mich weiterhin wichtig, dieses Top hier oben zu holen. Die 1.743 mit einem Stop-Loss hier oben 1.761. Relativ enger Stop-Loss. Haben wir ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass das eine Möglichkeit ist. Und jetzt gehen wir doch nochmal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Schauen uns diese gelbe Linie an, die hier oben dann auch nämlich bei den 1.800 US-Dollar langsam so in Gang kommt. Das ist diese zweite Downtrend-Linie. Klar, man kann sagen, okay, das war die Haupt-Downtrend-Linie. Aber wenn wir die von unserem All-Time-High hier oben ziehen, bis hier runter, dann wäre das dann der letzte signifikante Widerstand, bevor wir hier bei Ethereum locker bis 2.173, wenn nicht sogar 2.600 US-Dollar steigen können. Also ihr seht, wir kommen so langsam an eine entscheidende Phase Bullen-Bärenmarkt. Ich rufe beides noch nicht aus, beziehungsweise bin weiterhin dafür oder dabei, dass wir noch in dem Bärenmarkt sind. Trotzdem, die Chance auf einen Bullrun besteht langsam aber sicher. Bin aber noch nicht so komplett überzeugt, aber ist auch völlig egal, was wir haben. Wir können in beide Richtungen Geld verdienen, beziehungsweise in beide Richtungen Trades mitnehmen. Das ist das Wichtige. Ansonsten würde ich sagen, News gibt es momentan keine. Wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen, würde ich mich richtig drüber freuen. Abonniert den Zweitkanal unten in der Videobeschreibung gerne. Und später kommt dann der Wochenausblick mit Gold, mit was weiß ich was, allem drum und dran. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Das war es von meiner Seite, ich wünsche euch einen schönen startenden Samstag. Wir hören uns dann später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.